so meine damen und herren kurze zimmerbesichtigung also ich fange jetzt mal meinen schreibtisch an ihr seht ein schreibtisch alles was ich jetzt an papieren habe das ist meine pinnwand sieht auch gut aus also hier haben wir auf jeden fall noch was und dann gehen wir mal zum schrank hin hier am schrank wie ihr seht das übliche da ist meine kasse wie immer das ist normalerweise der esstisch der zweite bergenden tisch das räume ich dann immer weg wenn ich hier abends essen tun das ist die küche hier ist wie das natürlich schrank morgen welche kaffee das essen das andere bräuchte zeigen das ist mein bett und das ist natürlich aber das aufnahmen sind nicht so gut tun video so kommen wir kurz normales badezimmer wie immer das war es denn gewesen kommt mal aus dem fenster hier dann kann man gucken das draußen aus so nicht dass mir das handy hier noch fällt also schön im wald hier hätten ist die straße das war es denn jetzt mal gewesen wie wir filmen da bin ich natürlich nicht das war's bis dann tschüss